Moin moin, herzlich willkommen zur vierten Folge und gleichermaßen auch vierten Season von FallGuys. Wir sind bei einem neuen Update angelangt. Wir finden uns wieder im Jahr 4041 und spielen heute wieder unseren kleinen Hund. Und schauen mal wie weit wir kommen. Truppshows. Es wird Zeit die Truppshows auszuprobieren. Nehmt als Team an den besonderen Shows teil. Tretet als Vierergruppe auf Siegerpodest und zeigt den anderen Trupps, wie man es macht. Gut, würde ich sagen, weiter. Leider, auf Twitch bin ich noch nicht. Das wird auch in Zukunft so bleiben, denke ich erst mal. Gut, und da sind wir auch wieder. Und dann sehen wir jetzt hier links auch anscheinend schon eine Neuerung. Die bleibt nur 18 Stunden. Müssen wir mal gucken, was danach passiert. Wie ihr seht, habe ich auch schon ein paar Runden gespielt, beziehungsweise eine Runde. Ich habe einmal nämlich diese Teamspiele ausprobiert. Und die kann man ja hier nochmal sehen. War eigentlich ganz lustig. Wir spielen aber heute FallGuys 4041 nur die neuen Runden aus der Season 4. Wir könnten auch das Hauptprogramm spielen. Aber ich würde sagen, wir wollen auch mal jetzt die neuen Maps mal ausfindig machen. Und dann würde ich sagen, springen wir gleich mal rein und beginnen unsere Runde. Ich bin richtig aufgeregt. Ich habe bis jetzt noch keine Erfahrungen sonst damit gemacht, was die neuen Maps sind. Selbst in dieser Teamrunde habe ich keine neuen Maps spielen können. Da waren nur alte Maps, die bis jetzt angezeigt wurden. Und deswegen bin ich noch ziemlich gespannt, dass sieben neue Maps dazugekommen sein sollen. Mal schauen, ob wir direkt heute schon ein paar davon zu Gesicht bekommen. Mal schauen, überwinde die futuristischen Hindernisse und renne zur Ziellinie. Gut, Wolkenrennen. Oh, bin ich mal gespannt, was hier auf uns wartet. Ach du Scheiße. Sieht jedenfalls sehr, sehr spannend aus. Dann da runter? Oder wie? So, was passiert jetzt hier? Würde ich mal gerne wissen. Hä? Was war das denn? Ah, hier ist die schwere Kraft weg. Die Schwerkraft ist weg. Ah, ja gut. Ich bin nicht gesprungen, Alter. Oh, ich treffe mich. Ich springe mal daneben, ey. Nein. Oh Gott. Das ist ja ein Minispiel für mich hier, ey. Jawohl. Geschafft, geschafft, geschafft. Was ist das denn? Ach, da kann man die anderen auf der anderen Seite abschießen, hä? Gar kein Problem. Boah. Ja, 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 das war gut, das war gut, das war richtig gut. Ja, 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 ja. Ja, das ist gut, das ist gut, das ist richtig gut. Komm schon. Jetzt läuft, jetzt läuft, jetzt läuft. Oh, okay, da müssen wir rüberspringen anscheinend. Okay, okay. Wie macht man das? Oh, nee, oh, nee. Okay, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Alter. Was ist das denn, ey? Das Minispiel ist kacke. Kommen wir ja gar nicht drauf, ey. Ey. Was ist denn los? Na, wieder ganz unten, ey. Was ist denn hier die beste Taktik, ey? Oh, nach vorne bleiben, vorne bleiben. Genau, vorne bleiben. Ja, ja, ja. Nein, 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 nein. Hä? Wie soll man das denn machen? Gibt es hier noch einen anderen Weg? Nee, ne? Ich kapier's nicht. Wie soll man denn da hochkommen? Ja gut, dann haben wir ja schon mal ziemlich was geschafft hier in der ersten Runde. Mal gucken, ob wir in der nächsten Runde hoffentlich ins Ziel kommen. Das ist aber eine schwere Runde, ne? Das ist nicht einfach. Oh, noch eine Runde. Auf geht's. Ah, das von eben. Ja, das ist ja wunderbar. Machen wir es halt nochmal, aber am Ende das, ey, ich habe keine Ahnung, wie man da am besten hochkommt. Vielleicht da rechts und links, da sind noch so welche Plattformen. Vielleicht kann man da ja auch hoch springen zur Not. Weil das gerade in der Mitte, das habe ich ja gar nicht gerafft, ey. Mal schauen. Aber da haben sie sich jetzt ja richtig futuristisch ziemlich ins Zeug gelegt, ne? Also, nicht schlecht. Ja, man kann in den Seiten da hoch springen. Mann. Schauen wir uns gleich mal an, wenn wir da ankommen. Hoffentlich kriegen wir es überhaupt hin. Das ist ja wieder so ein Rennen hier. So, zack. Und nochmal, komm. Hopp. Jetzt klappt es ja easy, ey, ey. So. Nein. Oh, Mann. Ich habe nicht schnell genug rübergesprungen, ey, ey. Ach, Mann. Ja, das war gut, das war gut. Hör doch auf, Mann. Ja, jetzt klappt es, jetzt klappt es, Alter. Komm, lass mich durch, Alter. Ach, Mann. So, okay, man muss da was drücken. Hä? Ach, Mann, jetzt kapiere ich's. Oh, komm schon. Oh, nö. Okay, man muss da drücken, um da hinzukommen. Das ist gut. Ja, zumindest schon mal ein Checkpoint geholt, da, ey. Ja, jetzt zieh hoch, Alter. Easy, 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 easy. Oh, das war knapp, ey. Ja, 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 ja. Ja, Glück gehabt, ey. Okay, außenrum gehen ist wirklich da die beste Option, ey. Würde ich jetzt einfach mal sagen, ey. Da wird man ja verrückt bei, ey. Gut, aber wir haben die erste Runde geschafft. Sind wir zumindest schon mal weitergekommen als in der ersten Runde gerade. Oh, Rollweg. Das scheint keine neue Map zu sein, oder? Doch, doch, vielleicht ein bisschen optimiert. Nein, das ist eine komplett neue Map. Geil. Hat sogar den alten Charme noch. Ist nicht so futuristisch. Mag ich gerne. Das ist toll. Und los geht's. Okay. Oh, Leute, ey. Was ist denn wieder hier los, ey, mit euch? Oh. Junge, Junge. Aber wir kommen recht gut durch. Wir sind noch voll in dieser Masse drin. Aber wenn die Masse uns gleich nicht wieder raus schießt, ey. Nein. Na, klasse. Hier ist gut. Hier ist super. Hier ist gut. Boah. Jawohl. Oh, das war knapp, Alter. Jawohl. Jawohl. Wir sind drin. Jawohl. Geil. So muss das sein. Haha. Boah, war wieder einer der letzten. Aber wir sind durchgekommen. Wir sind durchgekommen. Wir haben nicht schlapp gemacht hier. Es gibt auch schon einige, die jetzt diese neuen Skins sich angenommen haben. Diese Rakete oder so. Was war noch dabei? Keine Ahnung. Es sind ziemlich viele neue jetzt dabei, ey. Aber ist er erst seit gestern draußen oder vorgestern? Seit Montag, meine ich, ne? Was haben wir denn jetzt hier? Schaltkreislauf. Okay. Überwinde die Hindernisse und renne zur zweiten. Ich konnte nicht bis zum Ende durchlesen. Okay. Na, klasse. Jetzt weiß ich wieder gar nicht, wo man hier langen muss wahrscheinlich, ja? Sieht aus wie so ein Labyrinth, ey. Geil. Okay. Einmal im Kreis laufen oder was? Ach. Runden laufen. Das ist so ein Rundenparcours. Ey, wie geil. Okay, okay, okay. Wie läuft man hier am besten? Okay, 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 okay. Okay, okay. Hier kann man sich durchdrücken. Wir kamen gut durch. Wir kamen richtig gut durch. Oh Gott. Nein. Jawohl, das war gut. Das war richtig gut. Ja, das war richtig gut. Das hat gut geklappt. Wir kommen durch. Jawohl. Alter. Alter. Was ist hier los? Leute. Hör auf. Ja, geht doch. Alter Schwede. Ah, noch eine Runde, ne? Komm schon. So ist gut, so sieht man auch was. Ach, nö. 19 Leute können nur qualifiziert sein. Nein. Noch eine Runde. Jawohl. Gut, 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 gut. Das hat wieder gut geklappt. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Okay, das ist gut. Das ist richtig gut. Was, schon zu Ende? Alter, wie schnell waren die denn, ey? Gibt's eine Abkürzung irgendwo? Ja, gut. Schade. Sind wir raus. Ja, machen wir noch eine Runde, oder? Ja, eine machen wir noch. Qualifiziere dich zehnmal bei irgendwas. Ja, genau. Da haben wir auch gerade noch eine Errungenschaft bekommen. Und wir sind im Level aufgestiegen. Geile Sache. Geile Sache. Ah, super. So, und dann eine Runde. So. Ah, Wolkenrennen. Das kennen wir ja jetzt schon. Kommt jetzt gar nichts mehr Neues hier mehr, ne? Auf geht's. Ja, da vorne, da, wie bringt's da mega? Ach, nö. Stipst mich doch nicht runter, ey. Jawoll. Kommt wieder ganz gut durch jetzt gerade. Super. Sehr geil. Wie schnell das war. Heiliger Scheiß. Gottes Willen. Ach, nö. Ach, nö. Hört doch auf, ihr seid doch komplett bescheuert, Alter. Ja, drückt noch mal. Alter. Leute. Oh, ja, war gut. Perfekt, perfekt, perfekt. Wir sind beide, Alter. Los, nicht zu lange da aufhalten, ey. Nein. Oh, Alter. Jetzt werden wir hier richtig rasiert, ey. Hallo. Geil, 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 geil. Okay, wir gehen da wieder lang. Oh, ja, perfekt. Oh, ja, geil. Oh, ja, perfekt. Oh, ja, perfekt. mal einen dreh heraus so einigermaßen zumindest dass wir hier zumindest auch mal durchkommen und wir sind auch nicht letzter also läuft bisher läuft bisher ganz gut wo steht der denn auch ein geiles kostüm der links bald sind die ganzen alten kostüme so wie wir das haben ja komplett ausgestorben ich meine dann gibt es ja uns dann gibt es die gar nicht mehr kommen so viele neue dazu wird man bald unseren hunden nirgendwo mehr sehen wahrscheinlich so was haben wir denn da wieder schaltkreislauf das hatten wir ja gerade auch schon aber verkackt bei jetzt muss die kamera wieder so eine ganze fahrt machen hier ne beilung da stehen sie alle so ladies and gentlemen wir geben gas wieso sind wir wieder in der letzten position leute lasst mich mal durch hier das klappt ganz gut hier oh gott was war das denn also jetzt noch eine runde ja kein problem haben wir noch eine runde oder was macht er denn aber man kann da oben wahrscheinlich drauf springen auch das war ganz gut vielleicht sogar ach da kann man hoch springen da kommen wir kommen ja auch super so durch ja perfekt 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 wir kommen gut durch hier wird man wieder zum boden gezogen also blaue ist auf jeden fall für schwerelosigkeit und dass man ach du scheiße das war richtig gut und das war scheiße ja 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 lauf 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 oh gott das war gerade hart jawoll letzter die war letzter oder ist nicht wahr habe ich gar nicht drauf geachtet nur gerade wo ich reingegangen bin ins ziel oh mein gott wie gut das hat ja gut funktioniert jetzt so wieder ratten scharf heiliger das sind alles noch alte maps jetzt keine im vorschaubild von neuen maps aber was haben wir denn jetzt wippkanonade was ist das denn ne zehn müssen ausscheiden ah die wippe die wippt wahrscheinlich dann werden wir abgeschossen dabei noch da läuft auf jeden fall gerade nur aber geht ja eigentlich voll klar gar kein problem hier so das ist bisher ganz nett was war jetzt daran so schwer bitte hat doch voll gut funktioniert ja nice sind wir auch weiter hier das ist meine map gewesen die war cool egal da unten in der mitte unten rechts in der mitte da ist ja so ein mongas der scan ist natürlich auch schon ziemlich geil was haben wir hier basket voll basket voll was soll das sein erziele punkte indem ihr bälle in den gegnerischen korb werft oder so eine art basketball wahrscheinlich kann man die grabben wahrscheinlich mit r2 oder erziele punkte wenn ihr korb befördert arbeitet zusammen um zu gewinnen ja wie grab ich die denn jetzt diese bälle muss ich da r2 gedrückt halten wahrscheinlich ne auch leute ich hast du bastelt bei so schon oh man lass mich doch mal in ruhe kann ich springen um mich dann daraus zu befreien ja ich glaube wir haben gerade einen gerettet noch bleib hier neun neun nein neun neun oh man ey ey wir verkacken das ging aber megamäßig ey na schön an der seite entlang laufen da wo keiner guckt wir wollen wir haben punkt gemacht nein was machst du denn einer aus meinem eigenen team das muss man sich mal überlegen aber wir haben schon ach wir haben ja zwölf punkte schon aber wir sind ja gar nicht am verkacken alles gut team blau ist ja im gewinnen nice alter dann weiß ich auch warum er so blödsinn gemacht hat geile sache so mongas typ ist auch raus acht leute das dürfte jetzt schon ein finale sein oder und weggehext wird da wieder was neues sein nein das bleibt am alten da gibt es wahrscheinlich kein neues finale nehme ich mal stark an aber wir sind im finale leute soweit habe ich heute auch überhaupt gar nicht mit gerechnet dass wir überhaupt so weit kommen nein was runtergefallen wieder um die etage warum hat denn der ist nicht gesprungen ich habe gedrückt scheiße da bin ich der erste hier haben wir immer wieder so ein paar dinger frei leute naja wie geht es euch alles fehlt nein so doppelsprung oder so geht auch nicht hier ne hat mich selber ausgedribbelt ganz geil schade marmelade ok würde ich auch sagen dann war es das aber hier mit dieser folge schön dass er wieder dabei gewesen seid in der nächsten folge werden wir dann wahrscheinlich noch mal eine runde hier spielen in der season vor aber ich denke dann machen wir das hauptprogramm wieder hat mich gefreut dass eingeschaltet hast ich hoffe ihr seid dann auch beim nächsten mal wieder dabei wenn es heißt wieder let's play vollgeist mit mir der dragsy bis zum nächsten mal tschöpere